Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Eep. Äh, Eep, bist du bereit, um nach draußen zu gehen? Ja, ich bin bereit. Okay, lass uns gehen dann. Ah, hier sind wir, okay. Äh, äh. Oder? Okay, ich mach auf. Ist zu. Okay, gucken wir rein. Ich seh gar nichts, okay. Alles klar. Äh. Nein. Der Ausgang ist blockiert. Ach nein. Red Button. Nein. Ich hätte ihn nicht drücken sollen, shit. Schnell weg, hier. Ich bin gefangen, ich bin gefangen, ich bin gefangen. Oh nein. Äh, okay. Das war natürlich, also. Wow. Das war nice. Wow, ich bin begeistert. Okay, gut. Also den roten Knopf nicht drücken. Hätte ich mir auch denken können, ne? Also ganz ehrlich. Das war halt booted. Aber hart boosted. Trotzdem nochmal reingucken. Wir sehen nichts. Genau. Alles so machen, wie wir es sonst auch machen. Gemacht haben. Und ich geh jetzt erstmal kurz hier lang. Es gibt auch gar keinen gelben Knopf, ne? Seh ich grad. Was müsste denn nur der da sein? Warte mal. Ein Milchpuzzle? Okay. Hast du? Nein, hab ich nicht. Äh, jetzt ist ein Puzzle. Es ist ein Puzzle. Wo alle Stücke weiß sind wie Milch. Da sind keine Bilder drauf. Da sind sie sehr, äh, viel, viel schwerer als normale Puzzles. Oder Puzzle. Puzzle. Sehr, sehr gute Leute können die beenden. Wir können die in einer sehr guten Zeit beenden. Aber... Um ehrlich zu sein. Sie existieren nicht. Seit sie keine Bilder machen. Oder... Sie machen halt nicht mal ein Bild. Es fühlt sich mehr nach... Was? Warte, du, du, Puzzle und Picture. Es fühlt sich mehr... Besser an, einen Puzzle zu machen. Oder... Nicht besser. Ja, doch besser an. Einen Puzzle zu machen, was auch ein Bild ergibt. Okay, ich speichere mal hier, weil dann muss ich nicht so dumm laufen wieder. Und dann machen wir das jetzt nochmal. Wir gehen jetzt nochmal hier lang. Aber diesmal tatschen wir nicht den... roten Button. Ja genau. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Geh mal hoch. Komm hoch! Ja genau. So machst du's fein. Bücherregal. Es ist ein... Tagebuch. So, Tagebuch. Es sei es die Geister oder die Seelen... Einen Objekte. Okay. Aber die Seelen... Nehmen die... Oder gehen in Objekte. Wenn die... Leute ihre Gefühle reinbringen? Warte, was? Ich dachte das immer. Wenn es... Wenn es wahr ist, dann ist es das gleiche wie bei Bildern. Oder bei... Bei Kunst. Das G sieht halt aus wie ein S. Ich sollte in die Arbeit gehen? Wenn man... Meine Arbeit... Go as to import... Import oder impart? Keine Ahnung. What the fuck? Sollte meinen eigenen Geist in meine Arbeit mit einfließen lassen oder so. Sagt... Ist das wirklich alles was es sagt? You could have said something about the exit. Hättest irgendwas über den Ausgang sagen können? Los, lass uns hier rausgehen. Rauskommen, Eve. Green Button. Hä? Als ob! Nicht dein Ernst! Kommt her, kommt her. Ja, kommt her. Ich logge euch jetzt hier weg. Komm her. Ja, genau. Ja, genau. Ja, so ist fein. Nice. Tschüss. Als ob der blaue Button da für richtig war. Mann. Erstmal speichern. So, okay. Ein... Hm. Nichts passiert? Okay, nichts komisches passiert diesmal. Okay, schön weggeschoben. Hast du fein gemacht. Das sollte es tun, ja. Äh. Ziehen. Okay. Jetzt können wir hier immer... Oh, oh, da stand was, da stand was, da stand was. Hallo. Hast du irgendwas in der Wahl? I want the tile of the large floor painting in the Gurtons exhibition. Was ist der Titel des großen Gebädes auf dem Flur von der Ausstellung? Könnte das dein Passwort sein? Das große Fischgemälde, richtig? Did I see that one, Eve? Hast du das gesehen, Eve? But what was it? I think it was something at the... of the deeps. Ich denke, es war irgendwas mit, äh, von den Tiefen. Was war das Wort? Eve, kannst du mir... ...ein Buchstaben geben? Um ein... ...Gedächtnis in den Trab zu geben? View of the Deep. Hm. Ist das ein bisschen straight forward? Ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch? Ich denke, das ist es nicht. Okay. Ah. Abyss of the Deep. Ah! Ja! Das war es, Eve. Abyss of the Deep. Hast du den Titel gelesen? Ah, okay. Lass uns das... ...ähm... ...im Kopf behalten. Abyss of the Deep. Es ist lockt, okay. Was ist die... Was ist die Geschichte mit diesem... ...Panel da? Diesen mit diesem... Was heißt das nochmal? Scheiße. Ich will das Wort nicht ein. Können wir da irgendwas reinpacken? Ja, das Passwort war für... Äh... Let's try... Okay, Abyss of the Deep. Okay, nice. Das hat funktioniert. Okay, das gucke ich mir gleich an. Erstmal kurz die Bücherregale gucken. Ah! Mein Stab. Hm. Mein Finger über... Hm. Beautiful. Hm. Okay. Und, äh... Und als sie da lag... Hm. Mein... Nein. Ei. Okay. Reclose das Buch. Ha! Warte, bis du älter bist, um so ein... ...ne Art Buch zu lesen. Ja, glaube ich auch. The Woman here. Äh, ich mag es... ...Love Me... ...Love Me Not zu spielen. Okay. Separation. Was für ein komisches... ...oder... ...offing? Okay. Was ist mit den Lichtern? Äh, es ist zu dunkel hier. Ei, äh... Bist du da? I'm not. Mir. Aber das ist gut zu hören. Äh, warte hier. Oder... Okay. Aber... Was ist dein Problem? Ah, das ist richtig. Äh, ich... Ich hab... Ich hab vergessen. Ich hab ein... Feuerzeug. Äh. Äh? Ja? Äh, was ist das? Stopp. Don't. Don't kill me. Help. No. Äh. Ich denke... Das ist... ...gut für meine... ...men... ...für mein mentales Leben. Ich glaube ja... ...to all... ...ähm... 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 ...ok... ...notiz für alle... ...Besucher. Da ist ein striktes... ...strickes Verbannen oder... ...so was... ...ja, Verbannen... ...Verbot... ...für... ...Fäuer... ...in der Galerie. Wir... ...wollen... ...dass du... ...pulsi... ...report... ...the use... ...of... ...any... ...match... ...sleiters. Wir... ...wollen, dass du alles... ...dass du jeden... ...dass du uns davon berichtest, wenn irgendwer ein Licht benutzt. Oder ein... ...ein Feuerzeug benutzt. Äh... ...sure... ...the use... ...of... ...the touch... ...implements... ...ok... ...das... ...benutzen dieser... ...Fäuerzeuge muss zu den... ...äh... ...zu den... ...Mitarbeitern... ...berichtet werden. Oder den Mitarbeitern berichtet werden. Alles klar. Erstmal speichern. Irgendwie das hier. Lösen. Zum Milk Puzzle. Ah! Hey. Äh... ...ääh... ...bist du okay? Hä? Wer ist das denn jetzt? Oh, warte. Äh... Hey, bist du... ...mhm... ...bist du nicht einer von den Besuchern der Galerie? Ah! Ah, wie ich dachte. Ich bin Gary und diese Girl ist Eep. Dieses Mädchen. So. Hm. In the Art Galerie. Wir waren in der... ...Kunstgalerie. Aber bald... ...mhm... Aber irgendwann... ...haben wir uns hier... ...verloren in diesem komischen... ...Pla... ...Platz gefunden. Oh... ...oder Ort aufgefunden. Also jetzt versuchen wir einen Weg hier rauszufinden. Ich denke, du machst das gleiche, oder? Ich... ...ich... ...war... ...warte zu sehen... ...warte... ...ich war dabei zu gucken, ob hier irgendwer anders ist. Ich wollte hier rausgehen. Also... ...hab ich... ...oder... ...so I... ...so hab ich... ...ah... ...ich wusste es. Okay... ...äh... ...wirst du mit uns mitkommen? Hä? Es ist... ...äh... ...es ist... ...es ist... ...es ist... ...es ist gefährlich... ...hier alleine in der... ...hier alleine zu sein. ...hier... ...sind viele... ...komische... ...hier alleine in I... ...sind viele... ...schönen dich kennenzulernen. ...schönen dich kennenzulernen. Danke! Okay. Alles klar! Hm... ...wann wir uns... ...her alleine... ...her alleine mit unseren Geistern... ...hier alleine zu sein... ...hier alleine... ...hier alleine... ...jetzt wo wir mehrere sind... ...können wir damit weitermachen... ...unser... ...unser... ...geist... ...zu erhöhen? Was? Ja! Okay. Alles klar? Erstmal Rose aufhören. Sag, du siehst, dass wir beide Rosen haben, oder? Mary, hast du auch eine Rose? Ja, ich habe eine gelbe Rose. Ah, okay. Ja, ihr beide müsst sie behalten. Don't you dare lose it. Don't give it to anyone. Also, verliert es nicht und gibt es niemandem. Und... Wow, Yves Rose ist... Yves Rose ist red. Yves Rose ist rot. Meine Rose ist yellow. Gelb. Was ist denn mit ihr? Alles klar. Ich mag gelb. Aber ich mag auch pink. Oh, und blau. Äh, blau. Lerne zuzuhören. Okay? Nice. Das ist nice. Okay. Welches ist wirklich? Welches ist wirklich? Ah, Tür. Okay. Blumen und irgendwas anderes. Können wir uns hier hinsetzen? Nee. Äh. Ruine des Herzens. Wenn dein... Hirn... ...so sehr... ...spackt oder so. Ich habe keine Ahnung, was Zappes bedeutet. Wir werden schnell beginnen, zu halluzinieren. Okay. Und am Ende werden wir kaputt gehen. Und noch mehr Sorgen jetzt. Und jetzt noch mehr Sorgen oder so. So. Wieso will ich mich nicht ablehnen, zu erkennen, zu erkennen, zu erkennen? Das ist ein Fakt. Äh. Und dann wirst du nicht realisieren... ...dessen Fakt realisieren oder annehmen? Red Eis. The love of... ...die Liebe von... ...das... ...bild... ...dieser Raum. Was ist mir so unselling? Unseifling? Se... Se... Was? Ehrling? Okay. Äh. Wirklich? Ich denke, es ist süß. Ha. Wo ist das denn süß? Ich denke, das ist es. Was denkst du, Ip? Hm. Ich bin nicht sicher. Was meinst du, nicht sicher? Äh. Okay, dann. Ähm. At any. Was? Lass uns herausfinden. Wie man hier von diesem creepy Platz wegkommt. Oder Ort wegkommt. Ich fühle mich beobachtet hier. Dieses grüne Ding hier. Ey. Ein lila in den Kie... Okay. Ja, das war irgendwie sehr obvious. Okay. Dieses Geräusch. Es kommt näher. Äh. Was? Irgendwas kommt von dem Boden. Äh. Das ist... Das ist schlecht. Äh. Los. Geht weg von dem Gebilde. Ip. Pass auf. Nein. Gary. Äh. Seid ihr zwei in Ordnung? Äh. Das hat mich erschrocken. Ip. Bist du verletzt? Nein. Bin ich nicht. Okay, gut. Aber diese Dinger... Äh. Diese... Sie sind im Weg. Ich... Ich kann nicht zu euch kommen. Vielleicht kann ich sie kaputt machen. Warte. Was ist das? Diese... Was? Made of stone. Oh, lol. Diese Pflanzen oder... Wines. Äh. Ranken sind gemacht. Sind aus Stein gemacht. Ah. Was mache ich jetzt? Hey, Ip. Du hast einen Schlüssel gefunden. In dem Raum. Richtig? Vielleicht macht dieser Key... Äh. Öffnet er diese Tür da hinten. Wir sollten es herausfinden. Und darüber nachdenken. In einem anderen Raum oder so? Können wir losgehen? Hm, okay. Ich... Wundere mich. Ich wundere mich, ob ihr okay sein werdet. Wir sind richtig. Wir sind... Wir sind okay. Richtig, Ip. Resonant split up. Ich denke so. Ip. Denkt, wir sind... Wir sind okay. Okay, ist das so? Okay. Ich denke... Es ist ein Versuch wert. Aber... Ich finde nichts. Ich bin sicher, ihr könnt... Okay. Aber wenn ihr nichts findet, kommt wieder zurück. Und wir müssen wieder darüber nachdenken. Okay. Verstanden. Lass uns gehen, Ip. Alles klar. Erstmal speichern. Äh. We... You hit it. Es sieht nachher aus, dass das kaputt gehen würde, wenn du es schlägst. Ah, es ist zu schwer zum Bewegen. Ja. Sketch of some strange things. Okay. Oh. Ach, diese offenen können wir uns angucken, wie es aussieht. Okay. Paintings. Anything else. Ist da irgendwas Sinnvolles drin? Ah. Ah. Ah, eine... Palette oder eine Box mit... 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 Mit Messern. Let's try it. Ich war... Ich hab nur... Spaß gemacht. Du bist nicht gut mit Witzen, oder, Eve? Aber ich denke... Wir sollten das trotzdem nehmen? Nur zur Sicherheit. Ja. Mit gelbem... Mit gelbem Papier. Okay. Es fehlt mit various kinds of paint. So, wir haben jetzt... Wir haben immer noch Candy. Ja, wieso können wir es nicht... Ich nehme es mitnehmen jetzt hier. Dann nicht. Statue. 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 Lass uns diesen Raum hier angucken. Ja, haben wir doch gerade. Ähm... Äh... Ich würde diesen Stuhl gerne mitnehmen, aber... Oder diesen Hocker gerne mitnehmen. Ähm... Ah, es sieht... Als ob er... Es sieht so aus, als würde er am Boden festkleben. Äh... Äh... Mehr haben wir doch gar nicht. Wir haben doch gerade alles angeguckt. Äh... Ich denke nicht, dass da irgendwas... Nützliches drin ist. Sollten wir wirklich... Einfach nur zurückgehen zu Gary? Äh... Äh... Was? Na, das... 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 Erschreckt mich jetzt. Äh... LOL! Äh... Oh, der Ausgang... Wann hat sich das bewegt? War es nicht... An der Wand? Äh... Los, Eve. Beweg es. Really heavy... Äh... Ja... Nicht gut. Es wird sich nicht bewegen. Was machen wir jetzt, Eve? Äh, Eve. Wir können nicht raus. Ja. Dieses Papier ist jetzt auf einmal... Nass? Und das hier riecht jetzt richtig schlecht. Die sind mit Haaren gemacht. Alles klar. Das rote Bild ist miss... Äh... Es fehlt. Wir müssen da jetzt lang gehen, Eve. Ja. Ist da gerade wer lang gegangen? Ja. Irgendwas rotes ist jetzt... Und irgendwie hat er doch eben geklopft, oder? Ein Clown. Ich möchte, dass du Spaß hast, Eve. Come to a fun world without any... Komm zu einer spaßigen Welt ohne Erwachsene. Wir sind zusammen. Wir werden zusammen sein. Du und ich. Und unser Freund. Okay. Ich wundere mich, was Gary tut. Wir haben ihn einfach zurückgelassen. Ah, okay. Das sind jetzt diese Wälder. Bei denen wir zusammen... Also, wo wir switchen können. Äh... Okay. Sie gehen ihren Weg. Ich wundere mich, was passiert ist. Eve, Mary. Könnt ihr mich hören? Nein, ich glaub nicht. Nicht gut. Ah. Ich wusste, ich hätte sie nicht gehen lassen sollen. Ah. Was tue ich jetzt? Ich denke... Ich werde nochmal in den Raum zurückgehen. Aber ich hasse es zwar, aber ich muss einfach zurückgehen. Kurz einen Schluck von meinem Energiegetränk nehmen. Ah. Und... Ich sehe gerade, wir müssen den Part beenden, Leute. Wieso hat Gary 10 leben? Ist ja unfair. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Wir sehen uns bei 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 uns